Anfang November wird der Autor Clemens Setz in Darmstadt den Büchnerpreis verliehen bekommen. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung begründet das so, ich zitiere jetzt aus dieser Jurybegründung, seine bisweilen verstörende Drastik sticht ins Herz unserer Gegenwart, weil sie einem zutiefst humanistischen Impuls folgt. Diese Menschenfreundlichkeit verbindet Clemens J. Setz mit einem enzyklopädischen Wissen und einem Reichtum der poetischen und sprachschöpferischen Imagination. Das wollen wir alles natürlich von ihm wissen. Und dann folgt noch etwas mit radikaler Zeitgenossenschaft, was vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass Clemens Setz öfter in den sozialen Medien anzutreffen ist. Auch das werden wir ihn gleich fragen. Heute ist er nämlich zu Gast bei uns im Podcast. Wahrscheinlich erreichen wir ihn in Graz, wo er geboren wurde und auch lebt. Hallo Clemens Setz und natürlich herzlichen Glückwunsch zum Büchnerpreis. Vielen Dank und hallo. Ich bin nicht in Graz, sondern in Wien. Auch dorthin die besten Grüße. Wenn die Nobelpreise vergeben werden, dann sitzen die wichtigsten oder vielleicht auch nur die eitelsten Autoren der Welt vor ihren Telefonen und warten auf einen Anruf. Wie hast denn du erfahren, dass du den Büchnerpreis gewonnen hast? Ja, ich habe definitiv nicht gewartet drauf. Also ich bin in so einem Sessel gesessen und dann kam ganz ziemlich spät abends ein Anruf. Und ja, da hat der Herr Osterkamp, der Präsident der Akademie mir das mitgeteilt. Also ich habe schon gedacht, dass es, zu kurzem Moment habe ich gedacht, das ist ein Witz oder falsch. Aber dann denkt man doch, naja, wer soll das, warum sollte das jemand machen? Und dann kann man sich gleich schon freuen. Also, aber ja, also ein bisschen unwirklich war es schon. Und man wird dann auch gefragt, nehmen Sie den Preis an? Und hat dann für einen Moment so diese Bomben, diese Sprengtaste in der Hand. Was wäre, wenn man Nein sagt? Was würde dann passieren? Natürlich tut man das eh nicht und hat es auch gar nicht vor. Aber gut, ich kann mir Dichter vorstellen, die das auch machen würden vielleicht. Aber ich hätte es nicht vorgehabt. Aber trotzdem hat man dann kurz diese bizarre Macht für eine Sekunde. Ein Moment, in dem alles möglich ist. Ja. Ursprünglich hast du ja mal Mathematik studiert. Das liest man überall. Wolltest wohl Lehrer werden. Also jedenfalls hast du auf Lehramt studiert, auch Germanistik. Und was man auch immer wieder liest, ist, dass Ernst Jandel dich dann zur Literatur gebracht hat. Wie genau muss ich mir das denn vorstellen? Was hat Ernst Jandel da getan? Ja, das war schon kurz nach dem Tod von Ernst Jandel. Und da habe ich überhaupt erst zu lesen begonnen. Also das oder kurz davor hatte ich so ein bisschen zu lesen begonnen. Und es war eben recht spät im Leben. Ich habe nie Romane oder Gedichte oder irgendwas gelesen, bis ich so 17 war. Das war schon recht spät. Das heißt, ich hatte nie diese Erfahrung, so wie jetzt Leute, die so den Herr der Ringe und dann so ganz hineinkippen in ein Buch. Das gab es in meinem Leben gar nie. Aber dann hatte ich eben einmal ein Gedicht vor mir und habe bis zu dem Zeitpunkt Gedichte schon ganz lustig gefunden, vor allem wenn sie parodistisch und humorvoll waren. Das war für mich so eine Art von, ja, so kleine Sprüchlein, kleine lustige Pointen, Witze und habe das nur auf der Ebene gelesen. Und dann gab es ein Gedicht, das heißt Die Morgenfeier. Das ist Friederike Mayraker gewidmet und das von Ernst Jandel. Und dann musste ich heulen zu dem Gedicht. Und ich hatte nicht gewusst, dass das möglich ist. Das war eben dieser Moment, wo ich vollkommen überwältigt war von, nicht nur von dem Gefühl, sondern eher von der Erkenntnis, dass sowas geht. Dass man wirklich durch acht Zeilen oder so jemanden zu Tränen rühren kann. Und auch, dass das den ganzen Tag anhält dann dieses Gefühl von diesem Gedicht, von diesem darin evozierten Weltbild und auch die Wahrnehmung. Und ja, dann, das habe ich dann immer wieder gesucht und wollte das, wahrscheinlich kann man sagen, bis heute möchte ich irgendwie ähnliche und verwandte Effekte immer wieder erleben und auch selbst erzeugen können. Ja, so hat das begonnen. Und natürlich sind solche linearen Herleitungen ein wenig verkürzt und falsch, aber so kann man es ganz gut erzählen, glaube ich. Gab es denn andere Dinge, auf die du da in deiner Jugend reingekippt bist? Also ich zum Beispiel habe sehr, sehr lange nur Sachbücher gelesen, weil ich einfach Dinge wissen wollte. Und da hat mich Fiktion gar nicht so interessiert. Hattest du irgend so was, was dich damals umgetrieben hat, so mit 15, 16? Ja, es waren, manchmal habe ich tatsächlich Sachbücher gelesen, am liebsten über Verschwörungstheorien. Ich glaube, es kam, ich bin mir ziemlich sicher, es kam von dem X-Files, so dieser Hype oder der Erfolg der Serie und auch meiner wirklich bis heute anhaltenden Begeisterung für die visuelle Schönheit von UFO-Videos, von so Amateuraufnahmen. Ich bin das wirklich einseitig. Oh Gott, so richtig das ganz harte Jan van Helsing-Zeug hast du gesagt? Ja, 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 genau, Jan van Helsing, dieser Kryptonazi, den habe ich da gelesen. Ja, 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 ich erinnere mich an eine sehr ungute Phase. Ja, genau, den habe ich, aber auch andere weniger so ganz, ja, so braun vermischte. Aber es war ein Gefühl, dass man, also Geheimnisse und okkulte Lehren da irgendwie studieren kann, was ja nicht stimmt. Es ist ja irgendwie nur die Fantasiewelt von einem Menschen, der da, also, aber das machen die eben, das gibt es ja bis heute, also, wie heißt der David, nein, wie heißt dieser, ich vergesse jetzt diesen, aber es gibt so ein paar so Leute, die halt so Dokumentationen, also so Art wie Dokumentationen bauen, die so ähnlich wirken wie Dokumentationen, aber eigentlich ist es nur ihre Fantasiewelt über irgendwelche mächtigen Familien und oder irgendwelche Illuminaten oder Freimaurer oder irgendwas. Und ja, ich hatte schon den Eindruck, dass das Non-Fiction ist, aber das ist es ja auch überhaupt nicht. Und interessanterweise, dieser merkwürdige Jan van Helsing hat dann auch Romane begonnen mal unter einem anderen Namen. Und die habe ich dann auch gelesen und die waren wirklich so furchtbar schlecht geschrieben, dass ich das dann aufgehört habe, Gott sei Dank. Also er hat sich dann durch die schlechte Prosa, Gott sei Dank, dann irgendwann hat das entschärft für mich dann. Vielleicht wäre ich da härter reingekippt noch sonst. Ja, gut, dass es Ernst Jandel gab. Ja, ja, wirklich. Dazu habe ich noch eine Nachfrage. Diese acht Zeilen gelesen oder gehört oder gesehen? Gelesen, still gelesen, ja. Das war eine sehr wichtige Unterscheidung auch, weil ich wäre vielleicht nicht so beeindruckt gewesen, wenn es ein Video gewesen wäre von einer Lesung, weil so eine beeindruckende Rede, ein beeindruckender Monolog in einem Film, also sowas, das gibt es ja manchmal, wenn man sieht das in einem Film. Genau, das wusste ich, dass das geht, dass man da irgendwie so im Herz berührt werden kann, auch wenn es jetzt, wenn man so mit zwölf Forrest Gump schaut oder so, dass man irgendwie dann so gerührt hat. Es gibt es ja manchmal sowas, ja. Aber eben das Stillgelesene, weil da, glaube ich, wo ja, ich vermute, dass ich da auch wirklich beeindruckt war von der Ökonomie, der, ja, ein bisschen technisch formulierter Datenübertragung. Es sind wirklich nur Zeilen auf einem Papier und ich schaue still drauf und habe innerlich die ungeheuerlichsten Empfindungen. Also da ist ja ein riesiger Zuwachs an Intensität, der da passiert. Und ein Film, ein Kinofilm, also er wirkt ja auch sehr groß, er wirkt größer als man selber. Ein Gedicht wirkt nicht größer als man selber. Das ist klein, zuklappbar, wegpackbar, ganz schnell. Und ein Film dauert an und übertönt und überbrüllt alles. Da kann irgendwie 200 Menschen, die da im Kino sitzen, mühelos in Schach halten, wie so ein Dirigent. Das ist von der Struktur her viel machtvoller. Und ein Gedicht ist was ganz, ganz dünnes, hauchdünn auf einem Papier und man kann es ausreißen, man kann es so leicht vernichten. Und das, das muss mich auch, glaube ich, irgendwie auf so eine unbewusste Weise beeindruckt haben damals. Und dann hast du angefangen eigentlich, Gedichte zu schreiben. Also nicht mit den sehr dicken Romanen, für die man dich ja auch kennt, sondern erst mal so mit der kleinen Form? Ja, ja. Nur kleine Formen, nur auch, ich hatte eigentlich nicht so sehr den, also ich hatte weder die Konzentration noch den Wunsch nach Erzählungen, nach Geschichten damals. Ich wusste eigentlich gar nicht, dass das was anderes ist als eine Filmerzählung oder eine Serie oder sowas. So ein langes Buch, das kam dann erst nach und nach. Das muss man üben. Ich meine, meistens, ich denke, unser Deutschlehrer hat sich sicher redliche Mühe gegeben, dass wir das irgendwie auch unternehmen und versuchen. Aber ich wollte das dann nie und habe dann erst so im Zivildienst viel zu lesen begonnen. Und da bin ich dann so wirklich süchtig geworden nach Lesen. Also ich habe dann so fünf Stunden am Tag bis spät in die Nacht oder ganz früh aufgestanden. Das war dann wirklich so ein neues, ganz, ganz intensiv verfolgtes Hobby. Und zudem neige ich sowieso sehr, also dass das ein Hobby sehr wichtig wird. Manche nennen das so Asperger-Spektrum oder ich weiß nicht, also ich habe halt dann so starke Partikularinteressen, die wirklich hart umkämpft werden auch von mir dann und die sehr wichtig sind und oft zu viel vielleicht auch von normalem Leben verdrängen. Also ich habe das schon ganz gut im Griff jetzt, aber ich neige dazu. Und damals war das ziemlich unreguliert, glaube ich, die Begeisterung fürs Lesen. Und dann, ja, dann will man, glaube ich, ich sage immer Mann, aber ich wollte dann offenbar irgendwie diese Wohltat erwidern, die mir da so hundertfach entgegengekommen ist. Also es gibt ja so viele Bücher, man sieht sie ja dann auch buchstäblich in Buchhandlungen sind so eine Übermacht. Und alle können das so potenziell. Jedes könnte eine solches, so eine Wohltat sein, die einen verzaubert und vollkommen so ein neues Leben schenkt für ein paar Stunden. Und irgendwie wollte ich das erwidern, halt so, dass das auch von mir ausströmt und nicht nur absorbiert wird, so in einem endlosen Hunger. Aber ja, so entsteht das vielleicht bei allen, stelle ich mir vor. Manchmal. Bevor wir nach den Partikularinteressen nochmal genauer fragen, müssen wir natürlich einem gebürtigen Grazer, dessen Erweckungserlebnis aus Wien stammt, die Graz-Wien-Frage stellen. Graz ist für mich auch Forum Stadtpark, Alfred Kolleritsch, Manuskripte, also so eine Gruppe, eine literarische Gruppe, eine Ausprägung, die über Graz hinaus ausgestrahlt hat und sich selbst vielleicht sogar noch wichtiger gefunden hat, als sie dann von außen wahrgenommen wurde. Wie ist es damit, in der Stadt aufzuwachsen? Fällt das überhaupt auf? Nimmt man das wahr? Nimmt man also so diesen Avantgarde-Impetus dieser Stadt wahr, auch mit dem steirischen Herbst und so, da ist ja einiges los? Oder schafft man das aufzuwachsen und daran völlig vorbeizuleben? Und trotzdem nachher zur Literatur zu kommen? Man wächst sehr stark damit auf, also zumindest auch, wenn man sich nicht so sehr dafür interessiert. Man kennt die Namen und das sind dann so lokale Gottheiten. Und dann, als ich begonnen habe, auch zu publizieren, also nicht publizieren, so jetzt in Büchern, aber so Literaturzeitschriften und vor allem Lesungen zu machen, das war damals so, kurz nach dem Jahr 2000, die beste Möglichkeit. Das war so vor Blogs noch und vor Social Media, noch lange vorher. Und da merkt man schon, dass der Vergleich immer sehr stark gekommen ist. Und zwar lustigerweise, was ich am häufigsten gehört habe, war, ihr, die jetzt da so auf Lesebühnen und so in Literaturzeitschriften publiziert, ihr seid wirklich viel, viel, viel braver als die Klassiker. Das heißt, die Klassiker, die teilweise schon Verstorbenen und irgendwie so in Klassiker-Ausgaben, so im Droschel-Verlag, das vorhandenen Grazer-Gruppe-Dichter, die waren viel wilder als ihr. Was eine interessante Inversion der üblichen Literaturgeschichte ist. Weil sonst ist immer die Klassik, oder wie nennt man das, die bisherige, die anerkannte, gilt nicht als experimenteller, wilder und unbequemer als die neue Generation. Es ist immer umgekehrt, normalerweise. Und da erlebt man aber das so, dass man kritisiert wird für, ihr seid nicht provokant genug, ihr seid auch überhaupt nicht irgendwie energiegeladen genug. Das hat mich wütend gemacht immer. Aber es war auch lustig. Die Absurdität dieses Vorwurfs hatte wirklich seinen humorvollen Charme, wenn man ein bisschen zurücktritt und das betrachtet. Und eine interessante Paradoxie, dass es eine Vermischung geben kann von Avantgarde und Klassik oder von Anerkannten. Also dass eine Avantgarde das anerkannte Paradigma wird. Das ist in Graz ganz stark. Und dann habe ich auch jahrelang vermieden, die alle zu lesen. Das war ganz logisch. Also ich habe mir gedacht, ich lese da nicht irgendwie so Wolfgang Bauer Theaterstücke, wenn die alles so super finden, was wird da schon drinstehen großartig ist. Oder Werner Schwab und so weiter. Der nicht jetzt so die Grazer Gruppe war, das war schon später in den 90ern. Und natürlich, wenn man das dann trotzdem mal anschaut, wenn man dann so über seine Vorurteile springt, sieht man, was das für fantastische Autoren waren. Also auch natürlich Alfred Kolaritsch, seine Romane, also vor allem die grüne Seite, wirklich ein Meisterwerk, ein ganz rätselhaftes Buch. Und ich hätte ihn wahrscheinlich ganz früh nicht gern gelesen, weil er halt so ein dieser, wie nennt man das, der Vorsitzende der Grazer Literatur da war. Und ja, es ist interessant, wenn es einmal so eine formensprengende und wirklich stark auch so den Bürger provozierende Avantgarde gab und die alle dann nach und nach berühmt werden. Das bedeutet für die folgenden Generationen wenig Spielraum. Ich glaube, das hört auch die Frankfurter Satire-Szene seit Jahrzehnten. Also wir haben hier ein Pendant so ein bisschen. Also die Titanic-Redaktion bekommt so viele Leserbriefe immer wieder von wegen früher, da wart ihr aber noch und so. Das ist anscheinend in solchen sich eher als avantgardistisch verstehenden Biotopen durchaus eine Konstante. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, es gibt noch nicht ein gutes Vokabular darüber, kommt mir vor. Auch in Graz ist die Literaturwissenschaft nicht, also mir ist noch nichts aufgefallen, wo dieses Phänomen so ein bisschen mal, auch vielleicht eben so im Vergleich zu sowas wie der Frankfurter Satire-Literatur, wo das ein bisschen beleuchtet werden würde. Na gut, das ist auch ein bisschen ein akademisches Thema, das muss man jetzt nicht so wichtig, aber es ist schon lustig, wenn man das mal am eigenen Leib so erlebt oder am eigenen Geist ein bisschen. Wenn du den Vorwurf bekommst, du bist so jung, du kannst noch nicht provozieren. Lern erst mal 20 Jahre das Handwerk so und werd erst mal ein Meister, was ja eigentlich normalerweise nie so funktioniert. Das Schöne ist, dass die waren ja auch dann wirklich provoziert durch unsere Langeweile, durch Langweiligkeit, also durch unser nicht provokantes und so ein bisschen vielleicht behutsameres Dichten waren die vielleicht eh dann hinreichend provoziert. Sehr raffiniert, sehr raffiniert. Ja, genau, ganz perfide. Aber wir müssen noch mal auf das Nischenwissen und auf die abseitigen Interessen zu sprechen kommen oder das Enzyklopädische, wie es glaube ich hieß in der Jurybegründung. Ich wüsste ja wahnsinnig gerne, du kippst da ja immer so rein in diese Seitenverästelungen der Kulturwissenschaft. Jetzt zuletzt eben hast du dieses Buch geschrieben, die Bienen und das Unsichtbare über Plansprachen. Ist schon jetzt nicht das Hauptthema der Sprachwissenschaft. Also es ist schon ein interessanter Seitenzweig. Manchmal frage ich mich, sammelst du das gezielt? Also früher hätte man wahrscheinlich sich hingesetzt und hätte mit der Nagelschere Artikel ausgeschnitten oder aus wissenschaftlichen Journalen oder sowas. Oder ist das wirklich so ein, ich lasse mich durchs Internet treiben und klicke mich nächtelang durch die Wikipedia. Wie ist denn da so dein Lese- und dein Sammelverhalten? Ja, das hat begonnen interessanterweise mit Facebook. Es war zwar vorher schon da, aber dass ich es mitgeteilt habe, war tatsächlich meine erste soziale Medien-Sucht, kann man sagen. Ich bin jetzt nicht mehr auf Facebook, schon lange nicht mehr, aber damals, so 2009 war das glaube ich, da habe ich begonnen. Und dann habe ich da jeden Tag ein Fundstück hinaufgetan von irgendeinem Roboter, der irgendwann gebaut wurde und kann dies und das. Oder irgendjemand, eine Anekdote über einen Mann, der den Zylinderhut erfunden hat und deswegen Riots ausgelöst hat in den Straßen von London. Oder irgendetwas so aus, also ich habe zum Beispiel so Bücher gern, wo jemand irgendeinen ganz, ganz unwichtigen Aspekt von einem Dickens-Roman auf 300 Seiten betrachtet. Zum Beispiel, welche Art von Straßenkehrer gab es damals und welchen meint Dickens, wenn er sagt Straßenkehrer. Also so eine Zoom-Bewegung in eine unwichtige Fragestellung hinein, die aber dann nicht unwichtig bleibt, sondern auch meistens wirklich so ungeheure Reichtümer enthält. Das war damals so mein, so habe ich meinen Lesegenuss organisiert meistens. Und dann gab es da zum ersten Mal eine Möglichkeit, das an Freunde mitzuteilen, jeden Tag, ohne dem Ganzen eine Overtüre oder ein Hör mal zu oder hey, schau mal, ich habe das entdeckt. Sondern man konnte es einfach hinschreiben und das war erlaubt. Man musste es nicht ins Gespräch einstreuen, aktiv. Das war der Vorteil von diesem Facebook damals. Und da habe ich dann bemerkt, dass das auch eine literarische Form sein kann, nämlich so das Fundstück-Prosa-Gedicht. Das kennt man ja auch, das machen ja viele. Also einfach das Schildern einer leuchtenden Begebenheit oder eines Details oder irgendeiner interessanten Kombination zweier Dinge. Oder auf etwas, was vor Absurdität so schön strahlt und auch so ein bisschen die, ja, eine so versöhnt mit der Menschheit, weil es so bizarr ist. Und das, ja, das habe ich da jeden Tag. Und dann kriegt man halt Likes und wird dann so süchtig. Und dann streitet man sich dann jahrelang nur noch auf Facebook. Und dann irgendwann hat man genug, oder ich sage wieder Mann, aber ich hatte dann genug davon. Da haben wir nur irgendwas vorgeworfen bekommen von Fremden. Und dann, ja, jetzt bin ich aber immer noch auf Social Media. Es ist ja nicht zu Ende, aber bei Twitter geht es viel besser. Also da habe ich nichts, da bin ich, das Produkt ist etwas, passt besser zu mir. Und ich habe wahrscheinlich größere Mühe, mir der eins dann abzugewöhnen noch. Diese Fundstücke, die klingen so ein bisschen aperçuhaft und vereinzelt. Und ich kriege das noch nicht so ganz mit dem zusammen, was du vorhin Partikularinteressen genannt hast, in die du dich dann wirklich reinstürzt oder Hobby oder sowas. Ja, also das Interesse kann ja auch so aussehen, das Hobby, dass man zum Beispiel alles über, es klingt ein bisschen albern, aber das habe ich wirklich mal gemacht. Ich wollte ja mal zum Beispiel alles sammeln, was mit Händen zu tun hat. Also eine Hand von einem Menschen. Eine Hand, die irgendwas in der Weltgeschichte ungewöhnlich ist. Eine abgetrennte Hand oder eine Hand, die sich irgendwie, es klingt jetzt so komplett absurd, aber so funktioniert das manchmal. Es hat so ein Leitmotiv und dann sammle ich das. Und jetzt, also wie ich das technisch mache, das ist dann schon meistens Dateien oder Notizbücher. Und meistens sind die nicht wirklich gut kommunizierbar. Also das ist dann wirklich so ein Hobby. Und das ist ja auch dann egal, sozusagen spielt keine Rolle im sozialen Leben. Wo es eine Rolle zu spielen beginnt, ist, wenn es, wenn man, wenn sich diese Storyteller-Fühler aufringeln und man denkt, ah, das ist eine Geschichte, das kann man doch erzählen. Das ist ja, das ist ein Buch zum Beispiel. Und so hatte ich das bei diesem, ich hatte diese Idee oder diese Faszination für Gedichte in Sprachen, die niemand lesen kann. Das ist ja, einerseits ist das was Lustiges, oder es ist was, ja, es hat was Witziges, dass das existiert. Oder es hat auch irgendwie, es irritiert auch. Man wird ja irgendwie wütend, wenn man darüber nachdenkt. So, warum macht das jemand, der schreibt, erfindet eine Sprache und schreibt ein Gedicht drin. Das ist doch unfair, weil vielleicht war das Gedicht schön und wir müssen jetzt die Sprache lernen erst. Das ist ja einfach nur gemein. Und dann fällt einem das immer wieder auf, dann lernt man, was sind Plansprachen, warum erfinden sich manche Menschen Sprachen, was für verschiedene Geschichten gibt es da. Und dann nach und nach, das kam vielleicht erst eben mit der Erfahrung, einige Bücher geschrieben zu haben, war dann dieses Gefühl, das ist eine Story, das funktioniert als Novelle fast oder als Non-Fiction-Roman, Kurzroman. Und vielleicht auch mit der Erlaubnis, die einen manche andere, wie soll ich das sagen, es gibt manchmal so Werke, die man, oder es gibt Werke, die ich schon gelesen habe, einige Male, und die dann so einen verzögerten Einfluss auf mich haben. Und das sieht so aus, dass man dann so eine Erlaubnis spürt, also so einen Rückenwind, das darfst du. Das siehst du, das geht, das darfst du probieren. Und vielleicht war das bei dem Buch über die Plansprachen, die Bücher von dem, ja, nicht ganz sympathischen, glaube ich, als Mensch, aber doch irgendwie eindrucksvollen Non-Fiction-Erzähler, Emmanuel Carrère. Da gibt es einige so biografische Bücher von ihm. Und auch Bücher über die frühe christliche Kirche, Le Royaume, das Königreich heißt es, oder das Reich Gottes auf Deutsch, glaube ich. Und das habe ich mir gedacht, schau, vielleicht kannst du sowas auch probieren. Sowas in der Art, so ein Non-Fiction-Roman. Also das ist ein Sachbuch, aber der ist erzählt wie ein Roman. Und wie macht man das dann? Das ist dann technisch wieder schwierig und interessant. Aber aus so verschiedenen Dingen kommt das dann zusammen. Vielleicht das zusammenzufassen als nerdiges Partikularinteresse. Ich glaube, da plappere ich auch nur nach, was über mich gesagt wird. Und das hat vielleicht gar nicht wirklich so tief mit mir zu tun. Das Wort Nerd wird häufig gesagt. Und ich wiederhole es manchmal mürrisch, manchmal irgendwie, um interessant zu klingen. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt wirklich viel bedeutet. So ähnlich wie, was weiß ich, Wörter wie, ja, alle deskriptiven Wörter für eine Person. Meistens irgendwie so, nur so ein paar Punkten irgendwie ein bisschen anhaften. Und der Rest ist eine imaginierte Übereinstimmung. Eine Selbstbeschreibung, die du gerade verwendet hast, die würde ich gern kurz noch aufgreifen. Und da wüsste ich gerne mehr drüber. Nämlich, du sagtest, manchmal notiert man dann was, findet was und dann richten sich die Storyteller oder Storytelling-Fühler auf. Ja. Das ist so der Moment, in dem man merkt, da könnte was entstehen. Wie ist das genau? Sind diese Fühler gewachsen? Waren die immer schon da? Wann hast du sie das erste Mal gefühlt, dass du diese Sinnesorgane besitzt? Wie stellt man sich das vor? Das ist schwierig zu sagen. Sie waren sicher nicht immer da. Ich hatte wirklich lange Zeit keine Fühler in der Hinsicht. Aber Geschichten sind ja lustigerweise so, dass sie wirklich sehr häufig die sehr deutlich wiedererkennbare Formeln verwenden oder Phasen oder Sachen, die, also Elemente, das sind immer dieselben, also archetypische Bausteine und die sind häufig ganz, ganz sklavisch befolgt. Und trotzdem springen sie uns dann immer so neu und so überwältigend und überraschend an. Diese bisschen paradoxe Doppelgestalt von Erzählungen oder von Geschichten, die kenne ich nirgends sonst in keinem anderen Medium. Also es gibt nichts in der Musik, das so wäre. Vielleicht, weiß nicht, vielleicht ist in der Musik was Ähnliches durch die Tonarten oder so irgendwie, die immer wieder dieselben sind. Aber jedenfalls da springt es mich immer so an, diese komische, ja, ein bisschen widersprüchliche Gestalt. Und was dieses Aufringen, das der Storyteller fühlt, ist wahrscheinlich ein Anspringen auf die archetypischen Formen oder auf das, was man, also zum Beispiel, dass man liest eine Geschichte oder man liest eine so eine, irgendeine recherchierte Biografie und merkt, da gibt es einen Ruf zum Abenteuer. Da wird jemand gegen seinen Willen in einen Kampf, in ein Abenteuer, in eine Suchbewegung oder in einen Rettungsversuch oder in irgendetwas Dramatisches hineingezogen. Zuerst weigert er sich und dann wird in ihm etwas überstimmt oder seine wahre Natur meldet sich oder irgend sowas. Ja, das gibt es ja manchmal in so Geschichten. Und das ist so ein Element in ganz vielen Erzählungen, fast allen dramatischen Erzählungen, die irgendwie ein Problem und dessen Lösung zum Inhalt haben. Da kommt das vor. Oder es gibt etwas, man liest etwas, wo jemand einem Ideal etwas opfert und Schaden anrichtet für eine Idee. Dann ist diese archetypische Sache, dass die Innenwelt passt nicht mit der Außenwelt überein. Und wenn das extrem zugespitzt wird, hat man sofort, oder ich habe dann sofort, eine aufleuchtende Wolke an Parallelgeschichten im Kopf. Also da gibt es ganz viele so Ähnliche, die sich da so als die tragischen Geschwister dieser recherchierten Biografie-Momente melden. Und ja, das ist eigentlich recht genussvoll auch. Aber man kann es nicht gut teilen. Man kann es erst dann teilen, wenn man das handwerklich und nicht nur handwerklich, sondern auch irgendwie auch mitmenschlich wertvoll macht. Oder es ist schwer zu sagen. So, dass es auch wirklich für andere Menschen von Bedeutung ist. Und das funktioniert meistens so, dass man halt das mit sich selber in Resonanz... Ach Gott, ich muss aufhören, das ist zu abstraktes Vokabular. Also ich glaube, man weiß ja ungefähr, was ich meine. Ich klinge so esoterisch jetzt, aber eine Geschichte erzählt man nicht nur, indem man die recherchierten Fakten aberzählt oder das Imaginierte einfach berichtet, sondern so, dass es in einer Resonanz tritt mit anderen Bewusstseinen. Und das geht über Sprache, das geht über so etwas, wo auch Lebenserfahrung irgendwie aufgespeichert ist. Es geht um, es sind Dinge, die... Also dieses Wiedererkennen von, ah ja, so ist das Leben, stimmt, das ist so. Also diese Dinge. Oder auch, ah, so kann man das auch sehen oder so. Und ich glaube, das kann man ja unendlich verfeinern, auch bis in den Bereich der Buchstaben sogar manchmal. Was ich übrigens auf Twitter gelernt habe auch, dass der einzelne Buchstabe oft sogar durch diese Falschschreibung der Twittersprache manchmal, da habe ich gelernt, dass selbst auf der Ebene geht das, ja. Ich muss unbedingt noch mal auf Twitter zu sprechen kommen. Ich habe mal mit Sascha Stanisic darüber gesprochen und er meinte, also Twitter ist für ihn so eine Art Testgelände. Also ihr beiden seid ja, glaube ich, so im deutschsprachigen Raum so schon die aktiveren Autoren, die das auch wirklich als etwas nutzen. Und bei ihm war es ja wirklich so, dass der Roman Herkunft, der ja dann auch den Buchpreis bekommen hat, ist eigentlich als Twitter-Thread entstanden und wurde von da ab immer weiter ausgebaut. Aber du nutzt es ja schon ein bisschen anders, weniger erzählend, eher so für die kleineren Formen, habe ich das Gefühl. Was machst du da? Was ist das für dich? Ist das diese radikale Zeitgenossenschaft, von der die Jury spricht? Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Bei mir hat es begonnen durch, wieder ähnlich wie überhaupt in meinem Leben, durch Lesen. Also es war zuerst das begeisterte Lesen. Ich war ja zuerst ein, zwei Jahre nur passiv auf Twitter, ohne irgendwas zu schreiben. Und es war so 2015, 16, da haben die ersten Twitter-Poeten, Poetinnen begonnen zu schreiben. Die waren nicht so, wie zum Beispiel ich dann oder Sascha Stanisic oder Sibylle Berg oder so, die auch Bücher schreiben und hauptsächlich Bücher schreiben und in der Welt mit beiden Beinen stehen. Und dann halt Twitter ist so eine interessante, wie es nennt das, Testgelände oder eine Spielwiese oder eine Simulations- oder auch nur etwas, wo Dinge geboren werden, sondern es ist ihre Hauptausdrucksweise. Es ist das Einzige. So wie zum Beispiel jemand wie, ja, momentan mein Lieblings-Account, der Computerfan2001, der auch schon recht lange schreibt. Das ist wirklich eine ganz innovative, neue Form von Dichtung. Auch ein riesiges, ungeheures Werk, was diese Person, wer immer sie sein mag, da geschaffen hat. Man könnte das natürlich jetzt in eine Buchwelt ziehen. Und ich hoffe, es wird getan, weil Bücher leben länger als Webseiten. Aber es strahlt nicht dahin aus. Es ist nicht für die Buchwelt, es ist nicht im Dienste, es ist nicht ein ausgelagertes Tagebuch. Es ist da, da passiert die Dichtung. Und das habe ich da wahrgenommen und genossen und einfach war besoffen, dann so ein ganzes Jahr davon. Habe dann auch so im Alltag schon zu sprechen begonnen, wie die dann oft so diese Falschschreibungen und diese Formeln, die es da gibt. Und habe dann erst dadurch begonnen, selber mehr zu twittern und mehr da zu schreiben. Und heute ist es eigentlich für mich halt, es ist nicht etwas, was zufällig auf Twitter passiert, sondern es ist halt das, was da geht. Da gehen Gedichte, da gehen Tweets, oder wie man das nennen will, halt Beobachtungen, kleine so. Und das spielt nirgends anders. Ich würde auch keine Gedichte mehr in Büchern veröffentlichen wollen, weil die nicht gelesen werden. Das klingt jetzt auch so ein bisschen blöd, weil man kriegt den Büchnerpreis und sagt, die wird nicht gelesen. Das klingt so kokett, la moyante. Aber ich meine das auch so ein bisschen prinzipiell. Also Gedichtbände sind eine sehr kleine, sehr versteckte Form. Sie spielen gar keine Rolle mehr kulturell. Und sie haben es sehr schwer. So wie das gedruckte Theaterstück hat es sehr schwer. Es wird offenbar nicht gern gekauft. Darum finde ich es auch nicht schade, Gedichte oder poetische kurze Sachen in eine Form zu bringen, wo sie gelesen werden. Gut, man kriegt dann kein Geld dafür, macht ja nichts. Ist nicht so schlimm. Hat man ja für Gedichtbände auch nicht unbedingt viel bekommen vorher. Außer man ist so einer von zwei Menschen im deutschen Sprachen, Jan Wagner oder so, der angeblich da 50.000 Stück verkauft und seinen Gedichtbänden. Aber aus dem folgt halt nichts, aus dieser einen Ausnahme. Und ja, ich verwende Twitter eigentlich so, wie ich vielleicht in einer Twitterlosen Welt Gedichtbände und Flugblätter oder sowas oder verteilte Zettel verwenden würde. Und genau, das ist das. Und ich mag auch das nicht irgendwo anders abdrucken. Also vielleicht gelegentlich, vielleicht macht man es hier und da. Aber ja, ich finde, es lebt da und lebt halt da kurz und kann auch gelöscht werden. Ich brauche nur irgendeine blöde Bemerkung machen. Vielleicht bin ich sehr feig geworden in den letzten Jahren, sehr cancel-ängstlich. Und dann ist man natürlich gelöscht. Das kann schnell passieren. Und weil ich glaube, diese Mechanismen, diese Algorithmen oder die Meldungen, die man da provozieren kann, sind sehr trigger-happy in der letzten Zeit. Und ja, dann ist das alles weg. Also das bin ich mir auch bewusst und ich speichere das auch nicht jetzt groß. Aber vielleicht macht mir das auch irgendwie, vielleicht, weiß ich nicht, schwer zu sagen, aber vielleicht hat es auch so einen Charme für mich, dass es so auf Sand gebaut ist, dass es so schnell wieder versinken wird. Ich glaube, niemand denkt, dass Twitter in zehn Jahren genauso aussieht oder genauso vorhanden ist oder dass die Archive dadurch suchbar werden oder so. Das ist ja heute schon auch schwer zu finden. Also es ist so eine eher transiente, vorübergehende, vergänglich, kann man ein bisschen so poetisch, ein bisschen kitschig sagen, vergängliche Form. Und da fühle ich mich ganz gut. Also das Schöne an Twitter ist wirklich so ein bisschen, dass das, was jetzt letztes Jahr war, nicht so leicht zu finden ist auch. Oder man muss dann schon extra suchen mit so Datumssuche. Hoffentlich war das eine irgendwie kohärente Antwort. Ich war total kohärent. Ich auch. Und das war eine, die ja verblüffend nah ist an dem, was du über das Jandelgedicht am Anfang gesagt hast, über diese acht Zeilen, die ganz zart sind und nur auf so wie ein dünnes Papier, das man rausreißen kann, das dann irgendwie auch verschwinden kann, das weg sein kann und so weiter. Also da hast du ja am Anfang deines Lesens etwas gefunden und erlebt, was jetzt in dieser prekären Twitter-Situation auf eine bestimmte Weise auch enthalten ist. Das stimmt, ja. Ich habe das nie gedacht, aber es stimmt, ja. Das mag sein. Vielleicht ist das so ein so ein von mir ganz beherzt umkämpfte so eine Kostbarkeit, dass es das immer geben muss bei mir. So eine ganz vergänglich zarte Sache, über die man dann sich ewig freut oder so. Ja, das kann sein. Vielleicht bedeutet es mir deswegen so viel und vielleicht projiziere ich es auch ein bisschen hinein. Das kann sein. Oder erflehe es fast schon. Oft ist es ja gar nicht so vergänglich, wie man ja sieht bei Leuten, die irgendeine Dummheit gesagt haben vor sieben Jahren mal, dann, die hängt ihnen plötzlich ewig nach. Die würden sich wünschen, so eine gewisse Vergänglichkeit. Das Internet, das nie vergisst und nie verzeiht. Ja, genau. Oder auch zum Beispiel, es ist ein bisschen billig, das jetzt zu bringen, aber es ist halt auch hier überall. Der österreichische, nicht mehr Bundeskanzler würde sich ja auch wünschen, dass Datenbestände verschwinden würden. Und die sind leider nicht verschwunden. Und wir können sie immer noch lesen, obwohl sie so absichtlich und heroisch gelöscht wurden da von dem Thomas Schmid. Und ja, leider ist dann doch nichts für immer gelöscht. Und das ist witzig auch, dass es im Fall einer Razzia oder einer Nachbearbeitung durch Festplatten-Experten, dass das trotzdem alles noch da sein kann und zugleich aber auch dann einem selber plötzlich so schnell aberkannt werden kann durch Löschen des Accounts. Das ist auch so eine interessante Doppelgestalt, wo zwei Extreme zugleich existieren. Irgendwie die Wirklichkeit oder die Gegenwart, so jetzt die beginnenden 20er Jahre, des 21. Jahrhunderts, scheinen mir von solchen komischen Extremen, Extremen, wo die beiden so eine, so diese paradoxen Doppelzustände, die scheinen sich zu häufen. Und die machen mich auch irgendwie ganz konfus auch immer. Ja, Entschuldigung, ich mache jetzt eine Alltagsphilosophie mit Clemens. Ja, aber ich glaube, diese Doppelzustände sind etwas, wo ich schon das Gefühl habe, dass ich die auch bei dir und in deinen Büchern, deiner Gedankenwelt schon irgendwie finde. Also so zum Beispiel dieses ständige Balancieren irgendwie zwischen Realität und Fantastik, was sich nie richtig festlegt eigentlich. Und also ich habe jetzt gerade die Stunde zwischen Frau und Gitarre gelesen und da kommt es mir vor, das ist so ein bisschen, als ob die Realität irgendwie eine Bildstörung hat, als ob sie irgendwie zwischen an den Rändern ausfranz. Es ist nicht die eine Welt oder die andere, sondern es ist auch wirklich so ein Zwischending. Also fand ich total interessant und vielleicht ist das ja auch irgendwas, was dein Denken oder dein Schreiben oder so, das klingt jetzt immer so groß, aber vielleicht macht es tatsächlich das aus oder das, was dich da so interessiert, dieses nicht ganz klar. Ja, das kann sein. Vor allem so paradoxe Motivationen sind immer das, womit eine Geschichte beginnt. Also warum tut die Person das? Wie kann man auf die Idee kommen? Also das kann was Vorgestelltes sein oder etwas Recherchiertes, wie zum Beispiel warum schreibt jemand ein Gedicht in einer Sprache, die niemand lesen kann und will dann alle bekehren dazu, dass sie die Sprache lernt. oder warum, also in dem Roman die Stunde zwischen Frau und Gidei, warum besucht jemand den Menschen, der für den Tod seiner Frau verantwortlich war angeblich als Stalker, warum besucht er den ständig in diesem Pflegeheim und geht dann mit ihm spazieren? Was ist das? Ist das irgendwie so eine Wiedergutmachung oder will er da irgendwie heilen daran oder will er den quälen? Wenn ja, warum merkt man es ihm nicht an? Was tut dieser Mensch? Warum handelt er so? Das ist immer so eine Paradoxe oder eher ein Hineinzoomen in ein Mysterium. Ich sage immer das Wort Mysterium gern, weil es so schön allgemein klingt. Aber ich meine es wahrscheinlich auch ganz, ich meine es auch dann so richtig ernst, also das Mysterium des Menschen, so pathetisch trotzdem. Ich glaube, das Pathos bewohne ich ganz aufrecht und schamlos auch ein bisschen so. Und ich meine zum Beispiel jetzt diese Covid-Corona, so das Jahr oder eineinhalb Jahre, was mir ganz viele Leute schon und was auch mein, also was mir viele Leute erzählt haben und was auch mein Eindruck war, ist, dass man zugleich zwei Zustände im Kopf hatte, nämlich man hatte das Gefühl, das ist eine echte Bedrohung, das ist eine reale, bedrohliche, gefährliche Krankheit und zugleich, ohne dass das gelöscht wird von dem Zweiten, hatte man das Gefühl, das wird aber übertrieben. Also ich sage nicht, dass das stimmt, dass das, aber man hatte diesen Doppel-Eindruck, es wird medial viel zu sehr übertrieben und zugleich ist es eine echte, reale Bedrohung. Und dann erschien einem das manchmal sogar so, dass die reale Bedrohung so hoch erschien, dass die mediale Berichterstattung untertrieben war. Das heißt, es war ein dreifach paradoxes Ding. Es war wirklich, das hält jetzt, es ist nicht, nein, das hat sich schon wieder jetzt gelegt, kommt mir vor ein bisschen, aber der Zustand ist so häufig beschrieben worden und er war auch in mir und das ist so eine Sache, die mich normalerweise dann auch reizen würde zum Schreiben. Das ist jetzt aber noch viel zu frisch und zu unübersichtlich und zu umkämpft und zu, wie soll man sagen, zu vermint oder auch noch, naja, gar nicht so, es ist einfach zu verwirrend noch. Ich könnte darüber nichts schreiben noch, also außer Tagebuch oder sowas, wo man halt irgendwie die momentane Verwirrung festhält. Aber ja, solche doppel, doppel und auch nochmal dreifach paradoxen Dinge in Motivationen, also warum macht jemand was, das ist für mich immer die, fast in jedem Buch und jeder Geschichte, die, der Grund, warum ich dann das überhaupt begonnen habe. Das kann man wirklich so sagen. Wenn es gesellschaftspolitische oder so weltpolitische Dinge sind, kann es sein, dass ich da nie irgendwas schreiben kann darüber, weil es mir zu groß, zu unübersichtlich, zu, also ich würde mich auch verwandeln in so einen, in so einen, in so einen Megafonhalter vielleicht und das weiß ich nicht, ich kann, bin nicht gut mit Megafon in der Hand. Aber ja. Aber hattet ihr einen ähnlichen Eindruck eigentlich, also von, dass das irgendwie, dass man das Gefühl hat, es ist zugleich eine Bedrohung, aber zugleich wird man irgendwie auch dazu gebracht. Also man ist, man ist selbst klug genug, das einzuschätzen und ist zugleich nicht klug genug, das einzuschätzen. Ist das irgendwie was nachvollziehbar? Wir können Gefahren realistisch einschätzen, das glaube ich echt keine menschliche Kernkompetenz, habe ich das Gefühl. Aha, ja. Also so, wovor Menschen Angst haben, wovor Menschen nicht Angst haben, ist, glaube ich, nicht sehr rational. Ja. Also ich glaube es tatsächlich nicht, weil, aber man hat ja dann doch vor etwas Angst und das heißt, das ist dann, das hat man dann als festgelegtes Ding und das muss wahrscheinlich immer dann in Widerspruch stehen zu der, die Art, wie es erzählt wird, ja, oder die Art, wie andere Menschen darüber sprechen. Das kann sein, ja. Ich beschreibe vielleicht eine totale Binsenweisheit, aber es ist mir jetzt schon so oft gesagt worden, dass ich mir gedacht habe, aha, das ist interessant. Nein, ich fand das auch wahnsinnig schwer zu verstehen, aber ich hatte dann tatsächlich eher weniger Angst, dass ich das jetzt selber kriege und selber irgendwie in der Intensivstation lande. Ich hatte eigentlich eher Angst davor, dass ich jemanden Wehrlosen anstecke und dann Schuld daran bin, dass der irgendwie, dass ich weiß nicht, meine Eltern sind irgendwie schon alt und so und man hat dann vielleicht doch irgendwie Leute in seinem Umfeld, wo man denkt so, ich müsste die, ich muss gucken, dass ich die schütze. Ja, ja. Ja, und dann kriegt man dann wirklich eher so eine Verantwortung. Aber ohne da jetzt in so, ich bin ja, ich habe wirklich keine Ahnung davon und ich wiederhole auch nur, was in Zeitungen steht, aber dann zum Beispiel gerade das, wo man, das hatte ich auch ganz stark, habe ich immer noch auch so, dass man schützen möchte. Okay, das ist ja auch etwas Gutes und niemand sollte einem das irgendwie kaputt schütteln, diese Bereitschaft und diese Standard-Einstellung der fürsorglichen. Und dann kriegt man so zum Beispiel, als die Impfungen zuerst mal vorgestellt wurden, haben die immer dazu gesagt, das schützt nicht vor Übertragung, das schützt nur vor, die erste Generation dieser mRNA wird nur schützen davor, dass man selber schwer erkrankt. Und dann bekommt man die Impfung und dann hat man aber immer noch in sich diese, ja, aber ich nehme das ja eigentlich, damit ich niemanden anstecke. Und dann geht man hin und sagt, dafür ist sie noch nicht, dafür ist das noch, aha, aber ich möchte es eigentlich deswegen so gern, weil ich bin, ich bin ja bereit, das Opfer zu machen und so, und das war, das war schon verwirrend. Das war wirklich, also, wenn das sich jemand wirklich bewusst ausgedacht hat, ist das eine, eine echt, die größte Verwirrung, die ich bisher so erlebt habe. Wenn man es dann kühl und hinterher betrachtet und sagt, okay, sollst du krank werden? Nein. Brauchst du Antikörper? Ja. Dann ist die Entscheidung nicht mehr so schwer. Aber so dieses für andere Handeln war in diesem Corona, in dieser Corona-Phase wirklich total verwirrend. Und ich glaube nicht, dass es so sein hätte müssen. Man hätte es doch einfach besser kommunizieren können wahrscheinlich in dem Fall. Aber ja, diese merkwürdige Paradoxen-Doppelding ist so, ich nehme das, um zu schützen. Aber das kann sie ja gar nicht. Aber ich nehme es trotzdem, um zu schützen. Und das ist so, das hätten man, ja, ich glaube, es hätte vielleicht wirklich da einfach volkspädagogisch klügere Entscheidungen. Ja, weiß, hat ja auch niemand was davon, dass ich es jetzt besser weiß hinterher oder irgendwas. Aber trotzdem, solche Dinge motivieren mich auch doch wirklich immer, abgesehen jetzt von Corona, darüber schreibe ich nichts, aber zum Hineinzoomen ja, weil es meistens, das Schöne dabei entsteht, der Effekt entsteht, dass die, die Suchbewegung unendlich bleibt und ganz unerwartete Bereiche aufhält und erleuchtet. Das, das ist die schöne Sache, das, das, das geht zum Beispiel selbst in so Science-Fiction-Szenarios wie in meinem Roman Indigo. Da gibt es so eine, so eine Sci-Fi-Idee, wo halt so Kinder haben so eine Krankheit und dann muss man immer auf Distanz bleiben zu denen und sonst, die wären nicht krank, aber man selber wird krank, wenn man in die Nähe kommt. Das kann es ja nicht geben, aber es ist trotzdem dann so eine Sache, die es da gibt und die, dann will die Hauptfigur rausfinden, warum, was hat es mit dem auf sich. So ganz klassische, so Detektiv-Motivation, der wird halt so hineingezogen, hat dann, löst dann ein paar kleine Rätsel, aber das große Rätsel wird immer unfassbarer, immer schwieriger zu haben oder zu sehen und es leuchtet dann so einen Schiffsunterbauch der Wirklichkeit aus, so ein unheimliches Substrat, aus dem alles da offenbar gekommen ist. Und das finde ich also irgendwie sehr, ja, wie soll man sagen, ich neige sehr stark zu dieser Art von Geschichte, wo eine Suchtbewegung, eine Recherche, oder ein Lösenwollen und dann merkt man, es ist unmöglich und man sieht aber kurze Zeit das Universum so aufblitzen in diesen unzusammenbaubaren Wissensbeständen, die man da vielleicht sammelt. Ich spreche so esoterisch. Diese Orte der körperlichen und geistigen Hinfälligkeit, das ist auch etwas, was sich immer wieder wiederholt bei dir. Also es gibt ja auch in der Stunde zwischen Frau und Gitarre ist die Hauptfigur Nathalie in einem Wohnheim für behinderte Menschen oder Klienten, wie sie heißen dort. Die Frequenzen spielt auch ein Altenpfleger und eine Psychotherapeutin eine Rolle. Was fasziniert dich an diesen Orten so? Also du hast wahrscheinlich Zivildienst gemacht, hast du ja erzählt, dass du Zivildienst gemacht hast. Aber das kann ja nicht alles sein. Also irgendwas muss doch da noch darüber hinausgehen. Ist das irgendwie so? Also ich stelle mir vor, das ist das Großprojekt des Clemens Sets, also eigentlich irgendwie aus dem Heim hinaus in die Welt oder so. Ja, es war sicher das eindrucksvollste Jahr meines Lebens bislang, dieses Zivildienstjahr, weil da die Verwandlung so stark war von Menschen, der ich vorher war, Menschen, der ich nachher war. Da ist so viel passiert in dem einen Jahr, dass ich war wirklich ganz, ganz viel anders, kann man sagen. Und ich glaube, so ein Jahr merkt man sich dann immer. Und das ist ein unendlicher Brunnen jetzt für mich. Da kann ich immer, immer hineingehen. Und selbst das so, dass die Erinnerung an die Vergangenheit beginnt fast immer da. Und vielleicht neige ich dann deswegen dazu, so lange Romane da in so einer Welt spielen zu lassen. Sie ist auch interessant für mich, weil sie eine abgeschlossene Welt ist. Also so ein Wohnheim ist eben eine Welt für sich mit eigenen Regeln. Und in dem einen Jahr hatte ich zumindest den Eindruck, dass sie auch etwas, also ein starkes Gravitationszentrum für die hat, die eigentlich auch ein Leben außerhalb haben, also die dann trotzdem ein Privatleben haben und da nur arbeiten, nicht jetzt da wohnen, aber da arbeiten. Selbst die wohnen eigentlich nach einer gewissen Zeit dann sehr stark darin und übernachten freiwillig und im Büro und so. Also das hat so eine, wie eine Klinik vielleicht ein bisschen oder wie manche anderen Berufe, die ich jetzt nicht so aus der direkten Beobachtung kenne. Und also das interessiert mich ja immer, ja es ist ja eine komische Formel zu sagen, das interessiert mich. Ich glaube, ich sehe darin vielleicht eine Art von so ein Leben, das mir auch immer droht, also dieses so hineinkippen und nicht mehr wegkommen von etwas. Ja, das mag sein. Ich hatte auch große Mühe, das eine Jahr dann, als das zu Ende ging und ich dann zu studieren begonnen habe, das war fast unaushaltbar. Ich wollte ja wieder zurück da. Ich habe das auch dann später erzählt bekommen von so Leuten, die beim Militär waren, dass die eigentlich dann so sich ein bisschen geschämt haben zuzugeben, dass sie da gern wieder noch länger gewesen wären, obwohl sie auch irgendwie total froh waren, dass sie jetzt endlich weg waren von dem blöden Drill und herumrennen und nie schlafen dürfen und schlechtes Essen und so weiter. Sie haben dann viel geschimpft drüber, aber sie waren irgendwie nicht froh, dass sie jetzt da plötzlich wieder in der Schule waren. Also dieses die Schule ist zu Ende, so für jetzt in Österreich muss man sagen, so die männlichen jungen Menschen müssen dann halt ein Jahr was anderes tun, es sei denn sie haben ein ärztliches Attest. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, damals war das halt so, Militär oder Zivildienst und die haben dann dieses, die Schule ist zu Ende und jetzt beginnt was Neues und nach einem Jahr geht aber für viele dann, also die, die studieren, dann geht die Schule weiter oder vielleicht in dem Milieu, wo ich da war, halt die Studenten dann und das ist, glaube ich, eine, das beleidigt irgendwas in einem selber. Das empfindet man, da hat man Mühe, ich sage jetzt Mann immer, aber ich hatte, glaube ich, und viele andere hatten, glaube ich, ein bisschen Mühe, das als weiteren Schritt in das Erwachsensein wahrzunehmen. Es fühlt sich wie ein Rückschritt und vielleicht deswegen erscheint mir dieses eine Jahr dann so strahlend und hell, wo ich da in dem Heim für Menschen mit Behinderungen und auch, also vor allem blinde und mehrfach behinderte Menschen war das. Das fällt mir vielleicht deswegen immer wieder ein und es waren auch so wahnsinnig spannende, also Sachen, die ich heute, die nie wieder so erlebt habe, zum Beispiel, ich hoffe, es ist, ich weiß nicht, darf ich eine kleine Anekdote erzählen oder ist es zu lange schon? Ja, unbedingt. Okay, nein, weil das ist wirklich, ich habe das auch vor kurzem mal in seinem kleinen, so einem Artikel beschrieben, wo Psychologie heute heißt es, ich habe mich gefragt, was ist ein eindrucksvolles Lernerlebnis, was sie mal hatten und da ist mir sofort das eingefallen vor 20 Jahren oder 21, es ist schon, seither nichts gelehrt. Und das war so, da war ein, ich war auch in den Sommermonaten war ich Portier, also da gab es so ein kleines Portierhäuschen und der ist auf, der Portier ist auf Urlaub gegangen von dem Institut, wo ich war und ich durfte dann halt seine Arbeit machen und das war eigentlich recht eintönig, man sitzt da mit seiner Thermoskanne und vielleicht ein Buch und wartet halt, dass man irgendwie angerufen wird oder dass Leute durch das Tor kommen wollen. Und dann kam aber ein alter, blinder Mann, also der hatte gar keine Augäpfel, das waren ganz so ganz leere Höhlen und er kam jeden Tag da zu mir, ganz langsam, tastete sich so an einem Geländer so entlang und kam dann zu mir in die Portierkabine und setzte sich nieder und hat irgendwelche Sätze gesagt, so wie auf den Boden, auf den Boden, irgendwas, also ganz, und ich habe versucht zu verstehen, was er mir sagen will. Ich habe gedacht, der ist offenbar vielleicht schon schwer demenzkrank oder ich habe versucht zu verstehen, wovon er redet und habe dann mitgeschrieben sogar ein bisschen und habe seine Sachen wiederholt, habe gedacht, ich knacke diesen Code, was er mir sagt, aber was er eigentlich wollte, das habe ich dann erst am Ende dieses Sommers verstanden. Das ist so eine Parabel. Er hat einfach nur Musik imitiert. Er wollte Musik hören. Er wollte, dass ich das Radio einschalte. Ihm war langweilig. Und er kam einfach jeden Tag Radio hören ins Portierhäuschen. Das war es. Das war das Rätselslösung. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es wirklich nicht, ich habe nie das Radio eingeschalten. Ich vollidiot. Er hat einfach nur sowas wie so Uff da Ratter, duftet. Also sowas hat er gemacht mit Wörtern, mit Wortfetzen und konnte halt nicht sagen, können Sie bitte das Radio einschalten. Weil ich glaube, er hatte ein bisschen Angst vor mir. Ich war ihm ein bisschen unheimlich. Er wusste nicht, wer ich bin. Den alten Portier kannte er, aber der war jetzt unerklärlicherweise weg. Und als der alte Portier wieder da war, bin ich einmal da gestanden und habe dann mit denen geredet und habe dann gemerkt, das Radio läuft. Und dann ist mir erklärt worden, ja, der kommt jeden Tag und dann hören wir Radio. Und dann war mir klar, er hat einfach rhythmische Marschmusik oder irgendwas, was man halt an so Volksmusik, Radio, so Sachen hört, einfach imitiert. Und ich habe das nicht kapiert. Ich war einfach so, ah, der will mir da aus seinem Leben berichten oder es sind so Fragmente, Literarisch. Kriegserlebnis, du weißt, der Kuckuck. Ja, 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 genau, 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 sowas. Es war diese Vermessenheit des Hermeneutikers, das ist so fragmentiert wie The Wasteland von Elliot. Ah, das ist diese fragmentierte Sprache eines zerstörten Bewusstseins, blablabla. Die Storyteller-Fühler richten sich auf. Ja, 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 die hatten sich da gewaltig schon aufgerichtet. Und dann meinte er nur, können wir nicht bitte einfach das Radio einschalten, warum ist es hier immer so still? Und ich habe es einfach nicht. Und sowas gab es hundertfach, wirklich, glaube ich, nicht übertrieben. Es war immer wieder und es ist sicher so, dass die Begegnungen auch mit Menschen mit Behinderungen oft voll sind von sowas, weil man eben mit einem unendlichen Bündel an Vorurteilen und an für sie sprechen und ihnen das Leben momentan kurz gestalten wollen und sie verstehen wollen und so. Mit diesem ganz furchtbaren Blödsinn tritt man leider oft vor sie hin und sie belehren dann meistens mit der Zeit, weil es sei denn, man ist ganz blöd, aber als 18-Jähriger war ich noch so ein bisschen neuroplastischer, also da konnte ich noch lernen schneller. Vielleicht bin ich heute viel starrer und unbelehrbarer. Aber ja, sowas gab es da eben ganz häufig und deswegen erscheint mir das auch immer in meinen Tagträumen als die wichtige Phase. Ich glaube, es kommen wohl noch wichtigere Phasen, aber bislang ist das die wichtigste, weil danach war nur Studium und halt das dann Arbeiten als Autor und so und das waren auch sehr ereignislose Jahre äußerlich, ich habe nichts erlebt so, aber nur innerlich und ich glaube, das ist jetzt kurz dabei, dass das jetzt sich ändert, hoffentlich, aber ja, bislang war es so. Ich habe das Buch Bot hier mir ausgeliehen von einer Freundin und sie hat einen Satz unterstrichen und mit einem dicken Ja in Versalien und Ausrufezeichen markiert und dieser Satz lautet Bagger sind die besseren Dinosaurier und ja, also das fand sie anscheinend sehr bemerkenswert. Ich finde das ganz interessant, weil bei dir in deinen Büchern leben immer wieder die Gegenstände. Also man hat irgendwie Mitleid mit Gegenständen und sie tun was und sie haben Eigenschaften und sie sind irgendwie, existieren so ein bisschen neben den Tieren her irgendwie. Wo kommt denn diese Liebe und wo kommt das Mitleid mit den Gegenständen her? Nee, ich glaube, das kommt, mir fällt das auch auf, das stimmt, also dass die Feier von Unbeseeltem, also ich hatte das sicher schon als Kind, dass mir zum Beispiel ein weg, ein verlorener Handschuh, dass ich dem nachgetrauert habe und mir vorgestellt habe, wie er jetzt da allein auf der Straße liegt und sich auch selber traurig ist, der Animismus, es wird auch so Kindern auf dem Asperger Spektrum nachgesagt, dass sie das verstärkt hätten. Also ich weiß auch nicht, ob ich das habe und ob eine solche Diagnose irgendeinen Sinn ergibt. Ich glaube, sie ist so eine Kurzsprechweise unserer Epoche, die nicht viel Wert hat wahrscheinlich, aber trotzdem scheint das, vielleicht ist das irgendwie mir so neurologisch sogar plausibel, vielleicht verteile ich die Sache wie Mitleid irgendwie ein bisschen anders, es kann sein, weil ist da etwas verrutscht schon generell, oder es ist einfach eine eine immer wieder frisch und wirksame, ja frisch und auch so es altert nie so eine Art von Mitteilung. Also wenn man eine Metapher so verwendet, dass zum Beispiel etwas Unbeseeltes etwas will, das nützt sich nicht so schnell ab. Also eine rein strukturelle Metapher, die so etwas wie ihre Tränen waren, wie ein Wasserfall, dann hat man Wasser mit Wasser verglichen und beides ist nur einfach, dass irgendwo Wasser ist, es macht eigentlich nichts deutlicher, es ist einfach nur tot und langweilig und man macht das Bild unschärfer sogar, anstatt dass man nur gesagt hätte, sie weint oder so. Aber wenn man einen Vergleich macht, wie zum Beispiel ein Handschuh, man macht die Tür auf und dann liegt auf der Straße ein Handschuh und ich glaube ich mal irgendwo so in der Haltung eines angespülten Seesterns, dann ist das einerseits scharf, das Bild, man sieht das, was man weiß wie so ein Seestern, es ist auch eine uncharakteristische Haltung für einen Handschuh, also er ist besonders arg gespreizt und er hat, man unterstellt ihm eine tragische Reise bis hierher angespült und er war zuerst in seinem Heimatelement und jetzt ist er da irgendwie vertrocknet und gestorben und hat es aber gerade bis vor meine Tür hierher geschafft. Also das erzählt viel zu viel und das so funktionieren auch manchmal wirklich, wie nennt man das, gute Metaphern, gute Bilder in Romanen, die viel zu viel erzählen, müsste alles gar nicht sein, es ist also ganz viel unnütze Information, man nimmt das viel zu ernst, also man hat, man hat, der Blick ist, also geht, zoomt viel zu sehr rein in etwas, aber das macht das dann eben, das verzaubert das ein bisschen mehr und macht, ja, sonst gibt es ja keinen Grund, warum man einen Handschuh auf einer Straße erwähnen sollte in einer Geschichte, die hinreichend spannend ist, braucht man den vielleicht gar nicht, aber wenn es, wenn es nicht darum geht, dass eine Geschichte einfach nur spannend ist, sondern eben, dass man vielleicht ein bisschen wohnen kann in ihr für ein paar Stunden, dann braucht es solche Dinge vielleicht, ich neige wirklich so zu einer Poetik-Vorleserei heute, ein bisschen Poetik-Vorleserei, aber ja, also gut, ich bin ja auch, ich werde ja auch gefragt, warum machst du das oder wo kommt das her, und ich unterstreiche mir solche Sätze auch selber immer in Büchern, also einer in deutscher Sprache, der das sehr gut kann, ist der Peter Handke, der hat auch immer solche animistischen Beobachtungen, wo ein Gegenstand vielleicht lebendig erscheint oder umgekehrt etwas lebendig, bei ihm ist fast noch das Umgekehrte häufig, dass etwas Belebtes wie etwas Unbelebtes wirkt, das ist interessant, vielleicht so verschiedene Temperamente neigen mal zu der einen und zu der anderen, Nabokov ist auch so jemand, der das so ganz besessen macht, sodass es einem fast zu viel wird manchmal, so in den späteren Romanen, wo man dann, weil es wirklich alles ist dann so, also eine, auf dem Boden lag eine Schachtel, die so tat, als wäre sie ein Buch, es gab ja aus einem Roman von ihm, naja gut, oder in der Ecke schlief ein Spielball, ja der muss auch nicht unbedingt schlafen, der kann ruhig liegen, wo, denke ich, also er hat dann so eine über ausdrückliche animistische Generalupdate der Wirklichkeit, ja, aber ja, es kann natürlich so eine Manier werden, aber ich finde, an sich ist es so einer der Königswege zu einem, zu einer nicht, sich nie abnützenden Kommunikation, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber es klingt jetzt gut, das so zu behaupten, stimmt das, ja, es kann sich schon abnützen, sich vielleicht, ich meine, so Metaphern sind ja überhaupt was Witziges, so wie, so diese Kenning, weißt du, die Kennings heißen die, diese formelhaften Metaphern in der isländischen Dichtung oder die so manche skandinavischen Dichtung, die, wo dann das, das Wort für das Meer ist das Wahlweg oder so irgendwie oder das Wort für Blut ist Schwertwasser und so, ja, und der Borges war so ganz fasziniert von diesen Kennings, Kenninga, glaube ich, ist die Mehrzahl dann, die, weil sie so wahnsinnig schlecht, so wahnsinnig schlecht funktionieren als, als Poesie, aber zugleich irgendwie auch so was, so was, ja, sie gehen auch irgendwie so in ihrem, in ihrem Ungestüm so ein bisschen zu Herzen, sie sind so, sie bemühen sich, sie sind so ein bisschen Camp, würden wir heute sagen, so ganz fasziniertlich, aber sie haben so was Camp, Campes, so Kitsch, der irgendwie auch wieder total gut funktioniert und irgendwie lustig und sexy oder so irgendwie ist und auch seine eigene Lebendigkeit noch hat, eben weil es so erkaltet und formelhaft und schlecht schon ist, also ja, finde ich, ist ein Feld, wo ich endlos gern drüber nachdenke, so die, oder auch, wo ich Beispiele auch sammle, wie so, ja, so Sätze und so vergleiche, etwas ist wie etwas anderes. Ich habe gern Wie-Vergleiche, das kann ich, bin ein Mensch, der Wie-Vergleiche. Das muss man aber auch können, die gehen so schnell schief. Ja, und die gehen auch meistens schief und dann, manche gehen wieder gut, ja. Wir sind da ganz nah dran an so einem Sinneswahrnehmungsthema, über das ich mich gerade schon selbst gefragt habe und die tolle Gelegenheit habe, dich zu fragen, Clemens, Synesthesie. Da, also für mich als Nicht-Synesthetiker fügt sich dann einer Wahrnehmung eine zweite hinzu. Das wird ein Sinesthetiker selbst gar nicht so trennen können. Wenn ich das richtig verstehe, bist du einer. Das heißt, Worte verbinden sich bei dir mit Farben. Wie ist das, wenn du schreibst? Ist das eine Sache, für die du dich, auf die du dich konzentrieren musst, auf die man scharf stellen muss, die man auch ausblenden kann? Jetzt sag ich Mann und mein du. Oder etwas, was dich begleitet in deinem kompletten Leben. Wie macht man, wie nutzt man das für Literatur? Es wird, glaube ich, generell bedeutsamer gelesen, als es ist. Also das, von Leuten, die das nicht kennen, es ist einfach so, man hat, viele Psyonesthetiker haben irgendeinen Sinneskanal, der interessanterweise mit einem anderen verbunden ist. Die Gründe dafür sind rein neurologisch und gar nicht irgendwie bedeutsam, also aus Lebenserfahrungen oder aus, aufgrund von gelernter Philosophie oder sowas. Das kommt nicht, das ist von selber da, von ganz früh in Kindheit meistens. Und bei mir ist es mit Zahlen und Farben, Silben und abstrakten Gesten und Farben und manches Musikalische hat auch eine Taktil und Farbe zugleich. Zum Beispiel As-Dur ist rot und fühlt sich auf dem Handrücken an und C-Dur ist so Grasgrün und fühlt sich so in der Handinnenfläche. Also ganz komisch, warum es das macht und ich habe auch gar kein gutes Gehör, also ich höre nicht wirklich absolut, aber manchmal schon und manchmal höre ich so, ah, das ist eindeutig C-Dur und manchmal auch nicht. Also ich weiß nicht, woran das wieder liegt, aber trotzdem ist, das ist einfach, das leuchtet halt nebeneinander auf so im Gehirn. Jetzt, wenn man das aber hat, stellt man fest, dass es eine, so eine grundsätzliche Komik gibt, nämlich in der Mitteilung dieser Sache. Wenn man das mitteilt, erzählt man von einer Welt, die niemand kennen kann und niemand auch nachempfinden kann. Es ist eine per Definition unerfahrbare Welt und unerfahrbare Sache. Man kann sie beschreiben, abstrakt, aber selbst wenn man sie einem anderen Synesthetiker vorsetzt, sagt er, naja, für mich ist aber das, was weiß ich, die Sieben nicht gelb, sondern blau und man kann auch nichts damit anfangen und besonders entzückend sind so Anekdoten. ich glaube, es ist über Franz Liszt, ich glaube, es ist Liszt, aber ich bin mir nicht sicher. Irgendein berühmter Komponist soll gesagt haben, schon im hohen Alter zu einem Orchester, Sie möchten bitte ein bisschen blauer spielen an der Stelle und hätte erst da gemerkt, dass nicht alle Menschen diese Tonart oder diesen Akkord als blau empfinden. Es wird, glaube ich, über Skriabien erzählt und über Liszt, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch erfunden, aber dieses spät erst bemerken, dass andere Menschen nicht dasselbe im Kopf haben und dass man es auch nicht in ihnen erzeugen kann, dass es da so ein unüberwindbares Diskontinuum gibt in einem Bereich, das stachelt, glaube ich, besonders dazu an, dass man es dann in den Bereichen, wo es geht, wo so eine Überwindung des Diskontinuums möglich ist, seine Interpersonelle, sein Übereinstimmungen, dass man es da besonders begeistert verfolgt. Nämlich, wie kriege ich das Bild, das ich habe, zu dir? Wie können wir das überbrücken, dass jemand, also das Gefühl des Getrenntseins, dieses, nennt man das, Prinzipium Individuationis, glaube ich, nennt man das in der Philosophie bei Schopenhauer. Das ist dieses, wir sind eine Sache, wir sind so eine Glühbirne und wenn die einen Riss erhält, sind wir tot und wir können uns nicht vereinigen. Was auch nicht ganz stimmt, wir können uns schon vereinigen, auch wirklich so auf molekulare Ebene, also wir können ja Kinder machen, also das können nicht alle Menschen, aber zumindest wird es gemacht, manchmal. Da ist eine Aufhebung des Diskontinuums, also da docken zwei Wesen an und machen zusammen etwas, aber sonst sind wir doch recht abgetrennt und leben auch von dieser Abgetrenntheit und umkämpfen sie und haben viele und bauen halt Festungen drumherum, aber das Virtuelle sich verbinden ist ja wirklich ganz, ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, für jede Kultur und gerade da in dieser Synesthesie, da weiß man halt, man ist eine Insel und bleibt eine Insel und das wird niemand je so wahrnehmen. Man kann es dann nachbeschreiben, man kann es abstrakt irgendwie aufzeichnen, aber ja, es führt einem vor die Komödie des Vereinzelteins, des Alleinbleibens mit seinen Empfindungen. Das ist der bedeutsame Sinn dieser Art von Wahrnehmung, glaube ich, oder die bedeutet der nacherzählbare Teil oder der, der für andere interessant ist und dann der Rest ist das, wo man einfach dann so die Augen schließt und irgendein, sich ein Wort, ich sage mir immer ein Wort auf und genieße, wie seltsam es aussieht in seiner synesthetischen Gestalt. Beispiel ein Wort wie Opossum, ist überhaupt ein tolles Wort. Das ist schon allein, das, glaube ich, wird jeder zustimmen, dass das Wort Opossum wirklich einen schönen, schönen Klang hat. Aber in meinem Kopf zufällig, durch die Silben und durch die Formen der Buchstaben hat das eine wirklich, es schaut aus wie so ein buntes Saxophon mit so ganz vielen Klappen, also es hat so etwas ganz, so etwas S-förmig geschlängelt, wie so ein ganz schrill verkleidetes Seepferdchen, so irgendwie, ja, und das genieße ich dann manchmal. Das kann ich jetzt nacherzählen, aber niemand kann das Bild sehen, so wie ich und vor allem so verteilt auf Taktiles und auf Visuelles. Es geht einfach nicht. Es ist unübersetzbar in ein Medium, das ein anderer Mensch narreit. Vielleicht geht es irgendwie dann mal durch so eine Neuralink-Sache. Der Elon Musk hält das ja für sehr wahrscheinlich, dass wir konzeptuelle Telepathie machen werden oder so. Und es klingt zwar völlig abgedreht jetzt, wenn man das hört, aber irgendwie halte ich das auch für möglich, vielleicht geht das ja, vielleicht sind wir gar nicht so vereinzelte Inseln, sondern haben alle total Ähnliches im Betriebssystem. Vielleicht ist das so. Vielleicht sind wir sehr kompatibel und wissen es halt nicht. Wir haben keine Laufwerke dafür noch. Aber ja, es ist vielleicht auch so, es ist auch so die Technikromantik unserer Zeit halt, dass man solche Gedanken hat. Ja, wer weiß. Und einstweilen wäre dann das literarische Schreiben oder das Dichten die vielleicht noch beste Möglichkeit, dieses Alleinsein und diese besondere Alleinseinserfahrung zu überwinden oder gehe ich damit zu weit? Nein, die bessere Alleinseinsüberwindung ist eine Tribe, also etwas, was so wie ein Clan oder ein Freundeskreis, eine intime, größere Familie, glaube ich, das ist sicher das Bessere als Schreiben und Bücher. Aber es ist, wie sagt man, it's up there. Es ist auch, es ist schon eine der guten und auch ökonomischen Möglichkeiten, also dass man durch Sprache einander so beeinflusst, dass man das Bewusstsein sich verändert und das Bewusstsein sich auch annähert. Das schon, ja. Es geht aber natürlich, es hat aber dann schon eine sehr starke, einen Schatten, würde die die jungsche Psychologie sagen. Also es hat, wie sagt man, eine dämonische Seite, nämlich die Propaganda, das Lügen, das Manipulieren von Menschen, Menschenmassen und so weiter, das ist leider dasselbe letztendlich. Es wird nur halt dann mit verschiedenen Vorzeichen, mit verschiedenen verschiedenen Graden der Soziopathie halt betrieben, denke ich. Aber es ist leider dasselbe und darum sind vielleicht auch große Schriftsteller, können das ruhig mal auch mal so generisch männlich formulieren, weil sie ja glaube ich überdurchschnittlich Männer waren, anfällig für genau das, für das in den Dienst der Propaganda kippen oder dass sich als die Staatshypnotiker fühlen oder Leute, dass sie auch so die Menschheit heilen wollen und so. Gerade bei den Größten unter Anführungszeichen, also die so die berühmtesten, war das immer extrem stark vorhanden. also es ist sicher ein Schatten, den man da hat, also eine Kippfigur, also eine negative Kippfigur davon und von demselben Überwinden des Getrenntseins. Das ist leider dasselbe, es ist nicht auseinanderzuhalten und ich glaube auch besonders schwer ist es zu Lebzeiten auseinanderzuhalten von für den, der es macht. Die glauben schon, sie machen immer das Gleiche. Aber ja, ich würde immer die Gegenwart von Menschen vorziehen, der Gegenwart von Büchern. Also es gibt ja diese berühmte Sache, wenn man sagt, welches Buch würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Natürlich sagen alle die Werke von Shakespeare oder sie sagen irgendwas Originelleres und eigentlich heißt es ja nur was würdest du gerne lesen? Aber wenn man mal dieses typisch für Poesie typische Verfahren anwendet und etwas bisschen ernster nimmt als man es eigentlich darf, also wo man einfach den sozialen Code mal so ein bisschen autistisch nicht zu verstehen meint, so okay, ich nehme die Frage jetzt bitter ernst, sondern sage ich ja, dann ist die Antwort ein Handbuch für das Fliehen von einsamen Inseln, für das Entkommen. Also das ist das nehme ich mit auf die einsame Insel, weil ich möchte zurück zur Menschheit wieder. Und natürlich sagen alle okay, du hast das Spiel nicht richtig mitgespielt, okay, so klugscheißer. Aber ich meine damit, etwas wirklich ganz Ernsthaftes dann auch. Ich finde, Bücher sollten niemals Menschen ersetzen und das können sie aber wirklich und das drohen sie auch immer zu tun, allein schon durch ihre abschreckende Vielzahl. Sie sind so viele im Leben von Menschen, weil jeder Mensch, also nicht jeder Mensch, aber ganz viele besitzen mehr gute Bücher als gute Freunde. Sie sind auch irgendwie wegschmeißbarer, schneller, so Bücher. Aber trotzdem, Bücher haben auch was Dämonisches und das meine ich auch wirklich ganz ernst. Also sie haben etwas Vereinnahmendes und Verdrängendes und damit muss man halt irgendwie koexistieren lernen und das muss man auch manchmal vielleicht dann auch wirklich irgendwie bekämpfen, wenn es zu viel wird. Und so, das meine ich auch ganz ernst und sage das auch zum Schaden meiner eigenen Zunft. Dann kauft nicht so viel Bücher. Ein wunderschöner Aufruf zum Schluss. Allerdings möchten wir verweisen auf die Bücher, die Romane, die Erzählungen und die Gedichte von Clemens Setz, die Sie jetzt doch bitte alle kaufen und lesen und sich von Ihnen vereinnahmen lassen. Bei Surkamp und dem Residenzverlag sind sie erschienen. Zuletzt das Sachbuch Die Bienen und das Unsichtbare bei Surkamp. Ein, ja, nicht ganz Sachbuch wir gerade gelernt haben, ein eher erzählter Roman über ein Thema. Über Plansprachen geht es. Es hat 416 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen, vielen Dank, lieber Clemens Setz, nach Wien für das Gespräch. Danke euch und es war wirklich schön, schön eure Stimmen zu hören. Mehr zu Clemens Setz finden Sie in den Shownotes verlinkt und auf unserer Seite fhz.net slash bücher minus podcast bücher mit ue. Und dann haben wir noch versprochen, die Lösung des Literaturrätsels aus dem September zu verraten und auch, wer ein Exemplar der Erkundung von Selburne durch Reverend Gilbert White aus der anderen Bibliothek gewonnen hat. Diesmal hat Tilman Spreckelsen Wiedersehen mit Brideshead von Evelyn Waugh erzählt aus der Sicht von Lady Julia Flight. Gewonnen hat Katharina Berthele aus Nürnberg. Wir gratulieren, wir danken allen, die beim Literaturrätsel mitgemacht haben und ganz besonders danken wir der anderen Bibliothek für dieses wunderbare Buch. Zum Vorfreuen können wir Ihnen ankündigen, während der Buchmesse von Mittwoch bis Sonntag wollen wir täglich drei Sonderfolgen mit Gesprächen mit Autorinnen und Autoren vom Stand der FAZ veröffentlichen. Und dann, tja, dann ist es für uns Zeit, nach ein bisschen mehr als zwei Jahren Bücherpodcast das Staffelholz weiterzugeben an Kollegen aus dem Völthor der FAZ, die im November mit neuen Ideen und einem neuen Programm auf Sendung gehen werden. Wir wünschen gutes Gelingen, sind gespannt und wir hoffen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, es auch sind. Wir danken Ihnen. Wir danken Ihnen fürs Zuhören diesmal und fürs Zuhören in der ganzen Zeit, für Ihr Feedback, Ihre Begeisterung, Ihre Nachfragen, Ihre Kritik, für alles eigentlich, was uns über die E-Mail-Adresse bücher-podcast at fatz.de und über den Instagram-Account at fatzbücher erreicht hat. Dass beides mit UE geschrieben wird, müssen wir Ihnen ja gar nicht mehr sagen. Es hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen und auch für Sie zu senden. Jetzt können wir leider nicht mehr sagen, bis bald, deswegen sagen wir vielen Dank und alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ferweise. F поехal. F phase 1. FFrames